2.5 war das, ne? Was? Nogger? Ja, dafür muss ich jetzt besser sparen. Ganz sehr viel Geld. Denn Nogger schock ich. Uh, du Rich Nigga. Oh ja. I'm a Rich! Und merkt euch, Leute? Lasst euch nicht am Knie beißen. Ja, ja, löst sich am Knie aus. Solchi, Alter, komm schon. Ja! Spiel du mal mit der MP5! Ich hab ne MP5! Ich hab ne MP5, Digga. Ich hab ne... Ich hab ne... Na doch, naaa! Was ist passiert, als du das erste Mal in Zombiemos gespielt hast? Ja, du hast ja recht. Er ist gestorben. Viele Male. Zu oft, Alter. Aber ich hab auch nichts gerafft, so. Weißt du, ich hab auch null gerafft. Ja, Solchi rennt aber auch an. Ne, es ist Wulf, okay. Was? Wie? Ja, wohl vertraue ich dann, wenn er dann in die Masse rennt. Aber wenn Solchi dann in die Masse rennt... Ja, ist nicht ganz so geil! Ja, er ist... Nein, ich sag... Man, ich sag doch nichts, Alter. Wer von euch hat schon wieder den scheiß Teddy bekommen? Ja, ich bekomm den irgendwie immer, ne? Mitchell, mach was! Liegst du, oder was? Mach besser! Sag mal, sag mal, wer liegt denn da? Ich. Achso, ja, warte, ich komm gleich. Ach, da ist schon wer. Ja, okay, dann ist ja gut. So, ich geh mir nen Nogger holen. Das geht doch nicht an hier, ich werd verpasst. Da ist Nogger Snog! Oh, Insta! Aber ich glaub, ihr geht mir zu oft da. Ey, ist... Beleb nicht schnell wieder, komm! Stirb doch mal, ey! Affe! Oh, ich hab eine tolle Waffe! Ich werd von dem beleicht, den ich immer wiederbelebe! Sei stolz als Medic! Ja, ist okay! Nice! Affe! Oh, ja! Oh, ihr Affenstock, die wollte ich hab! Bam, bam, bam! In your face, Biaaaab! Au, au! Oh! Ich bin immer nur der Zehnküchter am Schlau. Stirbt zusammen, Leute! Oh, fuck! Ja, was ist los? Ich hab meinen Namen gehört. Genau! Geht auseinander, dann habt ihr ne höhere Chance zu überleben! Weil ihr dann auseinander seid! Hm... Oh, das ist mein Herz! Soji, nicht... Soji, hast du nen Nogger! Ich hab nix! Du hast kein Geld für nen Nogger, Scheiß! Ich hab nix! Bin tot, ich werd sterben! Benutzt den Affen, du Idiot! Ja, toll! Spaß dir! Kack Affe! Drei Perks verloren! Du Affe, Alter! Ich hab mich halt... Ja, ne, ich hab mich wieder mal überschätzt! Ja, warte mal! Lock die! Lock die Zombies! Und nicht mich! Schaff ich nicht! Schaff ich nicht! Ihr habt doch Affen, oder nicht? Benutzt die... Ja, aber ich muss ja... Ich muss jetzt mal wiederbelebt werden! So, jetzt kann ich! Au, au, au! Ja, warte doch auch welche! Ja, ich hab nicht mehr! Ich schaff den nicht mehr! Genau, werf die da... Er haut mich, obwohl ich... Alter... Genau, ahadi ey, du bist so nidiot! Wirf die genau auf mich drauf! Bitte! Also... Spast! Hervier auf dich drauf! Ja, Alter! Stirb doch halt nicht! Leidig der Erste! Ich... 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 Ne, ich kümmere mich nicht um den zweiten! Guckt das euch... Guckt's euch mal an, Alter! Das ist übrigens selbst, was alleine da hinzugehen zu wollen! Ist er tot? Ist er tot? Du heilst, du hältst nur zwei Schläge aus! Naja, so wollte ich gerade mal sagen! Sochi hält nur zwei Schläge aus, ne? Jaaa... Die Frage ist aber... Welche ich brenne? Ich... Wie viel eigentlich... Ja, ja, ne, aber... Ist so, als Familienmodus muss man einfach erstmal lernen! Das war bei... War bei mir nicht anders! Sochi, fahr mal ein bisschen 2500 Geld und dann hol dir einen Nogger! Genau! Also geh... Geh... Geh nicht so oft an die Kiste, äh... Ja! Und dann machst du wirklich gute Waffen! Spar mehr Nogger! Wie soll ich mit einer MP5 mit einer Kugel und einer Pistole? Also der M1911 mit... Du kannst dir doch da oben bei der MP5 wieder Money holen! Ja, das könnte ich natürlich machen! Aber die MP5 kriegt nichts mehr! Naja, was heißt bringen? Das ist halt eine Punkt... Punktefarmwaffe! Adi, komm mal mit mir! Komm mal mit mir! Ich muss mir kurz Waffen holen! Ja, wo bist du denn? Boah, ich hab aber keine Schrottpistolen überlebt mit dem Teil! Wo bist du denn? Oh, Alter! Ich bin irgendwo hinter dir wahrscheinlich! Oder eh! Hä? Ich bin... Ich bin irgendwo anders! Müssen du! Ich bin bei... Quick-Revice vorne! Ich bin besser als du im schlechten Spiel! Du komm mal zur Kiste! Ja, das stimmt wohl! Ja! Riddler ist okay! Soji! Wir haulen uns Marvel-Heroes! Dann kannst du nichts gegen sagen! Holst ihr das auch! Ich brauche noch ein bisschen in das Spiel! Hier! Da habt ihr was! Komm! Jetzt mach was! Macht irgendwas! Mir egal was! Ah! Ah! Adi ist jetzt vollkommen am Ende, weil er mit so schlechten Spielern spielen muss! Ich... Nein! Hä? Was laufest du denn für ne Scheiße, Alter? Alter! Warte! Was? Wann ist mir jetzt auch egal? Mann! Mann! Ich wollte nur Mann! Was, Alter! Es geht für dich, Alter! Ich hab... Ich habe eben grad nur gesagt, macht was, äh, wegen der Nuke! Dass ihr halt kurz Zeit habt, jetzt was zu machen! Also Waffen holen! Oder ein Logger! Adi ist voll... Der ist... Der ist so schlechte Spieler nicht gewöhnt! Nein! Das stimmt nicht! Ja! Naja, was heißt? Keine Ahnung! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Könnte echt... Könnte stimmen, aber, äh, das ist es nicht! Ich brauche Orientierung! Scheiße! Kann gar nichts in Fall! Hätte ich ein Jump' 1 spielen wollen, hätte ich mir Mario gekauft! Oder... Aber nicht so'n Scheiß! Warum nicht? Ist doch geil! Naja! Na, kill ihn doch, Alter! Oh mein Gott! Warte! Du bist jetzt beim Saufen gestorben! Sag nicht ja! Nein! Bei Muni kaufen! Wow! Komm gleich! Der Rescue Squad kommt, Alter! Der Rescue Squad! Ich glaube, wir wirken dir selber schwer! Ne! Nicht mal ohne... Hand in Hand! Ja, ja! Kriech zusammen! Ohne Scheiß! Kriech zusammen! Ey! Da war uns der Nuke, Alter! Das kann man... Alter! Kriech zusammen! Kriech zusammen! Kriech zusammen! Kriech zusammen! Es geht nicht! Ich kann mich nicht bewegen! Genau! Wär doch mal noch gequält! Das ist... Das ist Black Ops 2, meine Freunde! Ich hab mir zwar die Muni gekauft, aber sie nicht bekommen! Hä? Ich hab auch nur noch einen Einerkrieg tost, Muni! Auch geil! Ich komm mal mit zur Kiste wieder! Genau! Ich hab jetzt in keiner Waffe ge... Äh... Muni! In keiner! Warte! 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 Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich hab noch 2 Schuße an der 5-7! Hast du noch Affen? Äh... Ne! Es gab jetzt noch kein... Es kommt ja nie Max Ammo! Was mich wundert! Oh! 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 Ich leb ihn! Oh! Schaff ich nicht oder? Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Geh durch! Geh durch! Geh weg! Geh weg! Alter! Leute! Leute! Ich komm zu euch! Ich mag es! Keine gute Idee! Oh mein Gott! Ah! Aber ich glaub ich hol mir... Ich glaub ich hol mir doch lieber Quick-Revive für euch! Eins! Zwei! Drei! Vier! Was kannst du denn nicht machen? Ah! 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 Ja doch! Aber doch! Ich mach voll viele... Wie heißen die? Crawler! Crawler! Ja! Komm ich komm Jungs! Krieg zusammen bitte! Bitte danke! Ja! Krieg zusammen! Oh Jungs! Ich soll zusammenkriegen hab ich gesagt! Ich werde sterben oder? Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich bin blockiert! Ich werde sterben! Oh! Wir werden alle sterben! Jetzt kommt der einzigste mit keiner Munition und keiner einzigen Waffe! Er rettet euch! Ey das packst du! Die Runde ist vorbei! Packst du! Du packst das! Ey die Weihe! Die Weihe zockt auch! Das ist doch nicht wahr Alter! Ey zwei! Oh wir sind schon vier! Scheiße! Boah sind das viele! Alter! Wo kommen die denn her? Ich dachte das wäre schon vorbei die Runde! Ja! Ich hab immer noch keine Munition! Ja das ist das gestört einfach nur! Alter! Ja guck doch noch mehr bitte! Ja zwei Side Machine! Laber nicht! Ach du meinst warum ich mich die Künstler jetzt ums töte! Wie viele einfach das sind Alter! Ja übertreib halt! Kannst du vergessen Alter! Oh Alter jetzt! Ich hab keine Munition! Shit! Der Messer den zerkill! Ja hallo! Wenn da 3000 Zombies kommen und ich ohne Nocker messern! Ja genau! Ich fang an! Fuck! Ich war's tot! Jetzt ist so ne behinderte Runde! Oh shit! Was ist das hier? Die Runde ist auf jeden Fall gut! Die Runde ist gut! Ich legge! Ich legge! Ich bin tot! Ich legge! Ich legge! Was ist denn kaputt Alter? Ich legge! Ich will dir gern die Galil nehmen! Aber ne ich bin kaputt! Ja doch! Leg! Mega Leg! Mega Leg! Guck dir mal den Ping an! Guck dir mal den Ping an Alter! Los! Meine Galil ist weg! Frau der Waffe ich! Frau der Waffe ich! Frau der Waffe ich! Ich muss an die Kiste stellen! Verdammt die ist nicht hier! Oh mein Gott! Also! Kann mich einer heben noch? Das wäre richtig dumm hier hinzulaufen! Pack es noch einer! Aufpack! Ich hab immer noch keine Munition! Oh ich sterbe! Also ich sterbe! Sowas von? Es kann durchaus sein, dass wir gleich zu fünft spielen werden! Ich kann doch gar nicht zu fünft zocken oder doch? Doch! Schmerz! Oh! Scheiße! Scheiße! Ich bin tot! Man kann Schmerz zocken! Und dann können wir einfach zusammenspielen! Vielleicht ist das hier so ein ständiges Weitergeben des Lebens! Ja! Sie ist einfach tot! Ich komm gleich! Eigentlich sollte ich jetzt tot sein! Aber ich hab auch einfach wieder ein Grau! Wer ist da schon mega rot? Wer liegt denn da? Alter! Vorderweise! Nein! Nein! Er ist weg! Oh nein! Ich war fast da, Alter! Okay! Alter! Was war ihr mir schreibt? Okay! Bin für alles bereit! Scheiße! Jetzt stepp mich da oben weg, Alter! Nein! Ich hab kein Stummen ab! Lauf! 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 Alter! Alter! Lauf! Scheiße! Nein! Nein! Du erwartest! Du bist doch ein Geier, Alter! Ich? Ja! Ich hab grad zurückgeschrieben! Geh ran! Komm! Ich hab grad zurückgeschrieben! Das war das Problem! Achso! Ich hab grad Weio geschrieben, dass ich gleich... Äh, warte! Ich hol sie mal fix Skype! Okay! Es sind grad drei Crawler unterwegs! Okay! Ich hol sie jetzt! Weil ich gut bin! Nix! Pfff! Voll selbstverliebt und so! Nein! Pfff! Was? Nein! Ah! Also das war ironisch! Sterb ich jetzt wegen Crawler? Ja, weh deine Beine! Echt! Das schürzt nicht! Äh, ich weiß nicht, ob ihr rausfliegt! Ich hab keine Ahnung! Pass auf! 3-6-5-0! Ich hatte... Alle 5-5-5-0! Ich schau dir zu! Hallo Weio! Was geht? Oh! Nicht viel, ne? Echt nicht? Du krank? Nein! Du bist doch nicht etwa krank! Nein! Böse! Na gut Weio! Weil jetzt geht die Party steil! Wollen wir jetzt beenden mit dein Schmerzzzocken? Damit wir zu 5 zocken können? Oder was? Wäre das ein Vorschlag für euch Jungs? Oder was? Was auf! Was auf! Ey komm! Weißt du! Man macht das so hier! Zack! Da 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 da! Au! Hey! Wer lebt denn? Hey! Wer lebt denn da noch? Bisschen! Achso! LOL! Die Runde ist vorbei! LOL! Das war ja perfekt! Das war ja perfekt getimed, alter! Da 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 da! Warte! Warte! Du bist doch ein Penner! Warte auf uns! Wir machen alle... Alle auf 3! Komm jetzt! Alle den Grenaten in die Hand! 1... 2... 3... Soji ist rausgeflogen. Ja, meine Leute, der was? Black Dots 2 hier. Ja, eine kleine Einwahlrunde. Ja, äh, äh, Vaio, es tut, äh, so, ich entschuldige mich, weil, dass ich dich in so eine Volle-Conti geholt habe. Ja, ja. Also, ist, du bist, du bist, du bist... Soji, ist Soji rausgeflogen? Ich glaube, Soji ist ihnen das abgekackt. Ist, 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 ist er rausgeflogen? Ja, du hast einen Ping von 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Oh, mitsch, so viele 9. Nein, 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 nein. Ich bin doch ruhig normal.